Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik VLT Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Deswegen halte ich auch die ganze Zeit den Stift so hoch, damit man sehen kann, dass es ein Note ist. Ich habe mir sehr viel Zeit mit diesen diesjährigen Note Geräten gelassen. Das Gerät habe ich hier vor zwei Monaten eigentlich schon in Händen halten dürfen. Und seitdem habe ich es auch immer wieder getestet. Bin auch hingegangen, habe es mit anderen Geräten verglichen. Hallo Vorgänger und vor allem, das hatte sich auch was verzögert, das Fold 2 kam dazwischen. Und ich meine, wenn man die Wahl hat zwischen einem normalen Note und dann einem 2000 Euro Telefon, was man falten kann, dann sei es mir verziehen, dass ich das mit dem Note ein bisschen länger gebraucht habe. Wir gehen gleich in die Nahaufnahme. Ich sage aber so viel direkt vorweg. Das ist ein sehr gutes Telefon. Jedoch es ist nicht der Akkudauerläufer, der sein könnte. Und ich könnte Samsung für die mal wieder Snapdragon Exynos Produktpolitik, die sie betreiben, in den Hintertreten. Das ändert aber nichts daran, dass das eigentlich in Summe ein wirklich gutes, vielleicht sogar auch ein sehr gutes Telefon ist. Muss es aber auch sein. Ich meine, der UVP hätten wir jetzt gerade die Mehrwertsteuersenkung nicht, dann wären das 1300 Euro. Also interessanterweise günstiger als bei der S-Ultra-Serie, sondern das waren 1266 Euro, war sozusagen der Marktpreisstart. Wenn man sich jetzt aber was umguckt, das ist bei der Note-Reihe äußerst ungewöhnlich. Vor allem beim Ultra, beim Flagship dieser Serie, dass da die Preise schon eigentlich bei 1000 Euro Richtung 1000 Euro sind. Je nachdem, was man da für Händler hat und nimmt man die großen Händler, dann kosten die Geräte eigentlich schon in der 256-Giga-Version nur noch 1050 Euro. So, äußerst ungewöhnlich, dass Note so schnell eigentlich dann doch so viel an Wert verliert. Aber sollte uns ja freuen. Also ich meine, es ist auch immer noch ein Haufen Geld für ein Gerät, aber es ist ein gutes Telefon. So, also ich gehe gleich mit euch in die Nahaufnahme und dann machen wir den Rest. Verarbeitung von außen. 1A, hier habe ich nichts dran zu motzen. Ich reihe Samsung nur den Hintern auf. Warum sie das schöne Grün aus der Note 20 normalen Reihe nicht auch ins Ultra hieven? Dass ich hier dann die Wahl habe zwischen diesem matten Kupfer, rosa, wie auch immer man es hält, oder einem glossy schwarz. Aber Verarbeitung 1A und ihr seht es immer wieder, ich will immer noch, auch nach zwei Monaten, ich kann mich nicht mehr umgewöhnen, dass der Stift jetzt auf der anderen Seite ist. Display. Hervorragendes Display. Es ist schön hell, diese 120 Hertz. Es ist ein Traum drauf zu gucken und vor allem auch dann zu lesen und das alles Normale. Aber ich bin in letzter Zeit Xbox Ultimate Pass Inhaber und streame dann hier auch mal Spiele drauf. Und wenn ich mir mit so ein Gerät vielleicht neben dem OnePlus 8 Pro aussuchen könnte zum drauf zocken, weil ich will ein großes Display. Und ich war ja eigentlich immer ein Freund der Note 3. Vor allem dazu kommen wirklich hervorragende Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher und eine gute Kamera. Sie ist zwar groß, es ist deutlich besser austariert als beim S20 Ultra, aber Hauptkamera für die Hauptfotos. Jetzt nicht dieses ganze andere mit Zoom und Weitwinkel. Ja, der Weitwinkel ist schon besser als anderswo, aber die Hauptkamera ist halt eine andere Liga. Das ist ein vernünftiges Ding und vor allem kann ich damit auch vernünftig filmen. 8K empfehle ich nicht zum Filmen, auch wenn es es kann. Das sieht nicht gescheit aus, es sei denn, ich bin auf dem Stativ und es bewegt sich nichts. Dann könnte man eventuell hier was rausholen, aber 4K filmen und ich filme sehr viel mit dem Smartphone nach wie vor. Würde ich nicht mit dem iPhone sehr viel filmen, dann wäre wahrscheinlich das Note 20 Ultra das Gerät, mit dem ich am ehesten derzeit Filme, also Videos aufnehmen wollen würde. Vor allem auch, weil die Tonaufnahme damit funktioniert. Wer ein bisschen schwächelt, Frontkamera, die rockt nicht so richtig. Also ja, die macht okaye Fotos, je nachdem wie viel Mühe ich mir da gebe, aber es stinkt halt zum Rest des Foto- und Videoerlebnis einfach ab, wobei Videos eigentlich dann wieder ganz okay sind, auch mit der Tonaufnahme. Akkulaufzeit, ich habe wieder ein Post-it geschrieben, die ist, ja, man kommt durch den Tag, aber es ist nicht so wirklich befriedigend, vor allem mit einem 4500 mAh Akku, der sich schnell auch laden lässt. Mit dem Stift, mit dem Stift, mit dem Stylus, die Mischung aus Stylus und Stift, der Stift, ja. Ja, es ist aber die Frage, wie nutze ich es? Die Notnutzer da draußen, die nutzen es jede Menge, die schreiben dann mit ihren Notizen, haken ihre Einkaufszettel ab oder schreiben halt auch wirklich hier so ein paar Sachen sich schnell mit. Ich erlebe mich immer wieder, wie ich auch damit rumspiele, aber dann einfach nur, um ganz normal, sage ich mal, die Apps zu bedienen und dann als Spielerei, dann habe ich mal eine Woche wieder Bock auf den Stift oder einen Tag Bock auf den Stift und dann am nächsten Tag wieder gar nicht und dann gehe ich wieder zurück und so. Die ganzen Office-Sachen, Decksachen habe ich hier nur rudimentär ausprobiert. Ja, das funktioniert, auch vieles mit Datei hin und her schieben und, 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 und. Gut, ja, aber das Ding als vollwertigen Rechner ist bei mir mit dem Decks immer noch nicht so voll befriedigend. Was ich aber voll befriedigend finde und was immer eine Freude war, der Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Jetzt gerade über Eck war es schwer zu treffen, aber in der Regel treffe ich den blind und ich finde, der funktioniert hervorragend. Nur jetzt, ja gut, jetzt war das zweite Mal wieder auf der Kamera, jetzt gucke ich aber mal hin und, so, also, ne, drauf und es entsperrt nicht. Jetzt wollte ich dies gerade mal loben. Also irgendwie bin ich jetzt vielleicht, vielleicht von der anderen Seite bin ich dann besser, vor allem ohne, ne, ich will ja ohne das Always-On-Display, das es angeht und mir den Fingerabdruckscanner zeigt. Nein, geh mal wieder aus. So, und jetzt, und der funktioniert in der Regel echt super und vor allem schnell. Nur nicht, wenn man es gerade zeigen will, aber den Fingerabdrucksensor, den mag ich, mag ich, mag ich wirklich. Das war jetzt aber auch schon viel zu viel, wir gehen jetzt schnell in die Nahaufnahme und machen das dann auch, damit ihr mal ein bisschen mehr vom Gerät sehen könnt. Zum Vergleich, einfach mal das Fold 2 im geschlossenen Zustand daneben. Das erzählt einem jetzt noch nicht so wirklich viel. Vielleicht ein iPhone Pro 11 Max daneben, um das einzuordnen, was das Note 20 Ultra mal wieder für eine, ich will nicht sagen kannte, ist aber doch für ein großes Telefon, ne. Das ist hier schon mal eine Hausnummer oder wenn man hier mal ein Huawei P40 daneben hält, ne. Das ist schon mal, ja, noch, es ist halt einfach wieder das, was ich mir erwarte. Es ist ein Note, es ist ein großes Note und das gefällt mir auch persönlich. 6,9 Zoll, das muss man sich mal vorstellen. Aber ich habe es unheimlich gerne in der Hand. Ich finde es deutlich besser austariert, gerade was die Kamera angeht. Also es ist nicht so kopflastig wie das S20 Ultra. Da habe ich mich an einer Tour beschwert. Und wer mich fragt, S20 Ultra oder Note 20 Ultra, piept auf den hundertfachen Soup meinem S20 Ultra. Und selbst wenn die Akku, die Laufzeit nochmal ein bisschen besser ist, wegen den 500 mAh mehr, ich würde ohne mit der Wimper zu zucken das Note 20 Ultra nehmen, allein vom Gefühl in der Hand liegen, sind das Welten dazwischen. Ich habe es wirklich gerne in der Hand. Es ist ein großes Gerät, aber ich habe es sicher in der Hand. So, das wollte ich dir nur sagen. Irgendwelche Probleme oder Aufladekratzer beim USB-C-Port oder irgendwas hier beim S-Pen, beim Rein-und-Raus-Machen. Oder habe ich irgendwas nach diesen zwei Monaten und der musste wirklich leiden, der Stift? Irgendwie an Abnutzungserscheinungen oder Kratzer auf der Rückseite oder beim rausstehenden Kameramodul. Nee, da ist alles nach wie vor 1A. Da mache ich mir auch keine Gedanken, dass das noch mit der Zeit vernünftig aussieht. Und ich habe das Gerät jetzt nicht hierfür extra geputzt. Ihr seht einfach wieder den Vorteil einer matten Rückseite. Fingerabdrücke, was ist das? So, dann Display. Habe ich ja schon im Wimper 6,9 Zoll. 3.088 mal, ich glaube, 1440 Auflösungen. Dann sind das knapp 500 ppi, wenn man das so nutzt. Aber wenn ich die volle Auflösung nutze, kann ich halt keine 120 Hertz nutzen. Und ich will die 120 Hertz nutzen. Denn das ist so schön. Das ist dermaßen flüssig. Wenn man einmal diese 120 Hertz auf diesem schönen Samsung OLED hatte, will man nichts anderes. Wenn ich es dann runterschalte, komme ich, glaube ich, immer noch auf gute 400 ppi. Und das reicht halt auch. Aber Samsung, ich ziehe euch die Ohren lang. Ihr hattet uns ein Update versprochen. Das ist nie gekommen. Apropos Updates, habe ich in der Zeit auch bekommen. Und ja, wir haben den 8. Oktober und ich habe bereits den Oktober Sicherheitspatch schon drauf. Und Samsung darf man ja auch nicht vergessen. Die werden ja inzwischen mit drei Jahren Updates. Wuhu. So, Display. Wie gesagt, das wird hell genug. Die Farben. Es ist einfach mit das beste Display auf dem Markt. Vielleicht sogar das beste Display. Auch wieder im Note verbaut. Und mit der Größe sieht halt wirklich toll aus. Es ist einfach das größte, schönste, beste Display, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist eine Freude, drauf zu gucken. So, kommen wir vom Display zu den Lautsprechern und starten einfach mal ein Video. Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VT-Video. Es war Zeit für meinen Testbericht zu neuen Google Pixel 4a. Das Gerät hier habe ich jetzt bereits über vier Wochen im Einsatz. So, also, Lautsprecher ist immer so eine Sache zu zeigen. Klangverteilung ist so, sagen wir mal, ein Drittel, zwei Drittel, vielleicht 40, 60. Und der Klang ist gut. Es wird laut. Klar, so 80, 90 Prozent klingt es nicht mehr ganz so gut. Aber ich meine, dann will ich halt die Lautstärke und nicht mehr schönen Klang. Ansonsten ist das Klangerlebnis hier wirklich schön brauchbar. Und vor allem habe ich auch auf maximaler Lautstärke fast null vibrieren. Gerade auf der Rückseite nichts. Das, was ich so merke, ist vielleicht so die Luftverdrängung aus den Lautsprechern. So ein leichtes Kribbeln in der Hand. Aber für das Gerät, das ist echt schön. Also, das audiovisuelle Erlebnis ist super. Und die Lautsprecher, da habe ich auch keinen Grund rauschen. Das heißt, nachts ein Hörspiel oder sowas. Oder in ruhiger Umgebung, da was Leises zu gucken. Knistert nichts. Passt wirklich schön. Ich will nicht sagen, hier kommt Bass raus. Das sowieso nicht. Und die Küchenfäde bescheide ich hier auch nicht mit. Aber die Lautsprecher passen zu der Größe vom Display, vom Gerät. Und das audiovisuelle Erlebnis ist einfach gut. So, von den Lautsprechern kommen wir dann einfach rüber zur allgemeinen Performance. Und ja, wir haben hier wieder den Exynos 990. 12 GB RAM. Aber ich mag hier nicht dran motzen. Die Performance, die Kiste rennt. Es ist wieder sowas selten trifftes zu wie hier. Ich habe hier wieder den Rootless Pixel Launcher drauf. Und egal, was ich hier mit habe. Große Apps, kleine Apps. Ich habe, gut, beim Streaming wird ja hier nicht drauf berechnet. Aber egal, wenn ich da zwischen den ganzen Zeugs wechseln und alles Mögliche. Es ist so ein entspanntes, schönes Nutzungserlebnis. Klar, für das Alltagszeug sowieso. Aber auch, wenn ich dann in die größeren Sachen reingehe. Oder auch, wenn ich hier dann mit Videos aufnehme und sowas. Das ist überall eine richtig schöne Performance. Nur eine Sache halt mal wieder nicht. Aber das kennen wir ja bei den anderen auch schon. Wenn ich hingehe, nein, kein Selfie aufnehme. Sondern dann wieder das Verarbeiten der Nachtaufnahmen. Wenn er da dann was speichern muss. So, ach ja, jetzt nimmt er ja gerade auf die Verzögerung. Und dann, ihr seht es da unten, rödeln. Und rödeln. Und immer noch rödeln. Und immer noch rödeln. Und jetzt hat er das Foto erst verarbeitet. Und das ist das Einzige. Aber ich meine, das hatten wir dieses Jahr in der ganzen Reihe sozusagen schon. Wo ich halt finde, das stimmt halt bei der Performance nicht. Aber da weiß ich nicht, ist es eine Software-Sache. Von der Hardware kann es aber nicht sein. Das ist halt wie Samsung da die Nachtfotos verarbeitet. Das dauert halt. Aber überall anders rennt das Ding dermaßen gut. So, genug der Lobhudelei. Hauen wir drauf. Akkulaufzeit. Es ist zwar ein großes Gerät. Wir haben aber trotzdem keinen 5000 mAh Akku. Denn irgendwo muss ja der Stift unterkommen. Deswegen haben wir nur 4000 mAh. So, und auch bei der Größe des Displays. Es ist ein OLED-Display oder Samsung-AMOLED-Display. Das zieht nicht so viel Strom. Das wird auch wieder im Vergleich, also in meiner klassischen Übersicht deutlich. Eine Stunde Netflix bei Autohilligkeit verbraucht 10 Prozentpunkte. Eine Stunde Netflix dann bei 100 Prozent Helligkeit 11 Prozent. Eine Stunde normale Nutzung sind wir schon bei 15 Prozent. Und eine Stunde E-Books und Comics 11 Prozent. Das klingt eigentlich alles echt schön. Könnte es ja auch sein. Ist es aber in der Realität nicht. Denn dieser Exynos, der hat eine bescheidene Stand-by-Qualität. Und vor allem, es wird richtig mies, wenn er sich von Funkzelle zu Funkzelle zu Funkzelle zu Funkzelle bewegt. Das ist gefühlt ein komplett anderes Gerät. Es muss am Mobilfunk meiner Meinung nach liegen. Nicht am WLAN, aber es ist halt die Sache, ich kann das Gerät ungenutzt in der Tasche einen Tag durch die Stadt tragen. Er muss sich immer wieder in andere Funkzellen einloggen. Natürlich braucht das Strom. Das haben wir alle anderen Smartphones ja auch. Aber einfach die Stand-by-Qualität, wenn der im Mobilfunknetz ist dermaßen besch... Und man merkt es einfach den Unterschied in dem Moment, wo ich ihn in den Flugzeugmodus versetze. Jätet. Aber es ist halt einfach was. Und ich bin ja nicht in der Regel den ganzen Tag nur an einem Platz. Ich bewege mich ja und sowas. Es ist, man kommt durch den Tag, aber das ist es ja auch. Normalerweise mit dem 4500 Akku und einem OLED-Display müsste ich hier sitzen und sagen, die Akkulaufzeit ist knorke. Das ist so schwer leer zu kriegen. Und wisst ihr, wer diese Probleme hat? Die Amis, die ganzen Ami-Testern, die die Geräte in der Snapdragon-Version testen, die loben die Akkulaufzeit über den grünen Klee. Ja, aber das können wir mit der Exynos-Version einfach nicht machen, weil es das nicht stimmt. Oder weil es unter normalen Alltagsbedingungen das einfach nicht hergibt. Verdammt, weil ich meine, das ist so ein Thema, da nudel ich seit zwei Jahren durch und das ist, ah, ja. Nichtsdestotrotz, ich komme durch den Tag. Das haut hin, aber es ist kein super-duper Akkulangläufer. Wenn ich mir angucke, was andere Hersteller mit 4000 mAh machen, dann muss ich das Ding in Grund und Boden schämen. Aber ist halt so. Ich hoffe nur, dass wir das Thema nächstes Jahr endlich dann erledigt haben und Snapdragon überall verbaut werden. Oder Samsung kriegt den Hintern hoch. Die 4500 mAh kriege ich von 10 bis 100 Prozent in 1 Pi mal Daumen anderthalb Stunden wieder aufgeladen. Ich glaube sogar ein bisschen schneller ist es unter anderthalb Stunden. Kabel gebundenes Laden mit 25 Watt zieht das Ding hier echt schön schnell voll. Da bin ich immer wieder überrascht, wie rucki-zucki das noch voll ist. Drahtlos mit 15 Watt dauert dann schon deutlich länger. Da sind wir schon bei guten über zwei Stunden. So, aber was will man sagen? Also wenn ich das Ding eben mal kurz an den Strom hänge mit 25 Watt, dann lädt er sich auch schnell voll. Trotzdem ist die Akkulaufzeit beschämt. Man kommt aber durch den Tag. So, von da kommen wir zu den Kameras. Habe ich ja eben schon gelobt. Wir haben diese 108 Megapixel wieder Haupt. Wir haben fünffach Optik. Ich glaube, das sind 13 Megapixel und nochmal 12 Megapixel Weitwinkel. Ja, ja, sind wirklich, also ich jammer auf hohem Niveau. Vernünftige Fotos, wobei die Hauptkamera deutlich bessere Bilder machen als die anderen beiden. Videos habe ich ja eben schon gelobt. Also sagen wir mal so, für normale Fotos ja ganz oben mit dabei. Wenn es ins Extreme geht, so Nachtaufnahmen, schwierige Lichtbedingungen, spielt es meiner Meinung nach nicht ganz oben mit. Das ist so was, ja, für normales Zeug echt super. Vor allem auch eine richtig gute Videoqualität und auch die Audioaufnahmequalität. Das ist wirklich was, wo die Kiste was taugt. Also ja, man kauft ja schon mit eine der besten Smartphone-Kameras oder besseren Smartphone-Kameras auf dem Markt. Aber dieses Jahr gerade mit den anderen Kameras, ich weiß nicht, was Samsung da gerade so ein bisschen aushäckst. Und vor allem auch mit der Frontkamera. Ich glaube, es ist 10 Megapixel Frontkamera und wie auch schon beim Fold, rockt die nicht so ganz richtig. Die ist gut, aber gerade im Vergleich zur Hauptkamera auf der Rückseite ist das einfach, da liegen Welten zwischen. Das ist so was, beim Fold konnte ich ja hingehen, das Ding aufklappen und mich mit der Hauptkamera mit seltsamer Haltung, wenn ich es dann so halten und dann ein Foto machen möchte und man hat echt einen Puls bei einem 2000 Euro Gerät. Aber man kann dann wenigstens auch richtig geile Fotos mit der Hauptkamera schießen von sich selbst. Hier geht das dann wieder, wenn es ein anderer macht oder man Zeit verzögert oder sonst wie auflöst. Kommen wir zum S-Pen. Ihr seht es immer noch, auch nach all dieser Zeit. Ich will immer rechts greifen. Früher, früher war er auf der rechten Seite. So, an dieses Links kann ich mich nicht gewöhnen. Stift funktioniert, Eingabe ist super, damit mitschreiben und, 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 und. Das ist überhaupt gar kein Problem, das läuft geschmeidig. Man hat das Gefühl von der Verzögerung, dann wirbt ja Samsung selber, wie toll das ist, vor allem auf dem Ultra. Weil das schnelle Display und nicht wie das normale, die Gurke muss ich auch noch zerreißen, wenn ich dann hier wieder mitschreiben will. So, und dann mache ich mir was, was ich einfach mal kurz zum Demonstrieren. Hallo, YouTube, ne? Das sieht schon gekrakelt aus, freihändig. Aber ich meine, mehr als ein Bindestrich und zwei Wörter, je nachdem wie klein ich schreibe, bekomme ich da auch nicht mit. Also es ist aber die Diskussion, die haben wir jedes Jahr bei den Nots. Ist eine schöne Sache, um kurze Notizen zu machen oder sich immer wieder Stichpunkte zu machen oder in einem PDF dann irgendwas noch zu markieren oder zu unterstreichen, geht. Aber ganz ehrlich, kein Vergleich zu, wenn ich ein vernünftiges Tablet habe. Trotzdem ist es nach wie vor was. Ich kenne so viele Leute, die lieben einfach die Notstifte. Und ich meine, wenn man heutzutage noch ein Gerät mit einem Stift möchte, gibt es ja eigentlich gar nichts außer dem Not. Gut, so, also, ah ja, Office-Zeug, Decks kann es auch, lag aber echt nicht mein Schwerpunkt darauf, dass ich da jetzt wirklich vernünftiges Zeug zu machen kann. Aber dass sich das so großartig was geändert hat, noch nicht so wirklich. Kommen wir zu den anderen Sachen, ne? Gesichtsentsperren ist wieder so ein Kampf teilweise, wie beim Fold. Ne, liegt vielleicht an der Frontkamera, was es aber echt gut konnte. Ne, und jetzt, wo ich dahinter sitze. Und ich meine, Fingerabdrucksstelle wurde auch nicht angekannt, aber es entsperrt Rucki-Zucki. Das ist für mich dieses Jahr der beste, vor allem Fingerabdruckscanner und vor allem auch der Ultraschaltscanner. Vor allem hat, auch wenn die Finger nass waren oder sowas, es hat immer schön verlässlich funktioniert, dass ich mich da null großartig irgendwie beschweren möchte. Nein, ich möchte den Fingerabdruckscanner wirklich mal loben. So, kommen wir noch zu anderen Sachen. Empfang, telefonieren, Standard. Also, Telefonqualität, wie jemand mich versteht, wie ich mein Gegenüber verstehe, Standard. Auch zu, was weiß ich jetzt hier, solchen Sachen oder sowas hier. Kein Unterschied. Gleiches gilt für den WLAN oder GPS-Empfang, also beim Navigieren. Standard. Das ist nicht so, dass der Stift irgendwie noch als kleine Antenne fungiert oder sowas. Also, und auch Mobilfunkempfang. Überall das gleiche. 5G habe ich hiermit jetzt nicht getestet. Kommt ja jetzt so auch für die U2-Kunden, auch in Düsseldorf. Wuhu. Ne, habe ich aber noch nicht. Und vor allem, ich will nicht wissen, wie die Stand-by-Zeiten dann im 5G-Netz von dem Ding wird. Das muss ja eine totale Katastrophe werden. Oh Gott, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Hohoho, das wird ja richtig. Oh, naja, gut. Es gibt das Ultra halt nur als 5G-Gerät. Das dazu. Über die Farbe habe ich mich ja eben schon ausgelassen. Wo ich das Ding aber gerade beim Empfang nochmal lobe, ist, wir haben eine Dual-SIM-Möglichkeit oder Hybrid-Slot. Wir können aber auch eine Micro-SD-Karte für mehr Speicher reinpacken, dass wir dann nicht die teure 512 GB-Version kaufen müssen von dem Gerät, denn die gibt es auch, sondern 256. Dann eine Micro-SD-Karte rein und wir können trotzdem noch Dual-SIM nutzen, denn es hat noch eine eSIM eingebaut. Das heißt, darum kann ich dann Dual-SIM machen. Drahtloses Laden habe ich schon erwähnt und wir haben noch IP68, was wir leider nicht haben. Klinke, gut, könnte man sagen, Platzgründe, gerade mit dem Stift. Aber Infrarot haben wir auch nicht mehr. Das wäre so das, was noch dem Gerät fehlen würde. Aber ansonsten haben wir wieder alle Standard-Feeds. Das können wir so abhaken. Was haben wir nicht? Habe ich mich ja eben schon beschwert. Nur zwei Farben, beziehungsweise ich glaube, es gibt weiß, aber ich gebe es die auch bei uns. Aber das Weiße war auch so wieder so ein Glossy-Weiß. Aber wir haben halt nicht das matte Grüne, was ich Samsung wieder übel nehme. Und ich habe mich ja darüber schon unterhalten über die Exynos-Nummer. Absolut uncool, Samsung. Und wenn, hättet ihr die Exynos-Dinger deutlich günstiger machen müssen oder mindestens 100 günstiger machen müssen als in anderen Ländern. So, und da meine ich jetzt, ich meine nicht jetzt mit der neuen S20 FE Fan Edition, wo es eigentlich im Endeffekt ist, 4G und für 5G muss ich dann 100er-Aufpreis zahlen. Und das ist im Endeffekt nicht für 5G, weil die Bände, ach, das ist, ach, das rege ich mich auch schon wieder auf, sondern es ist im Endeffekt 100 Euro Aufpreis, damit ich nicht den Exynos bekomme. Ja, gut. Aber das NUTS 20 Ultra ist trotzdem ein schönes Gerät, auch wenn wir hier diese Exynos-Nummer haben, auch wenn wir das nicht in grün haben, auch wenn die Frontkamera so ein bisschen Schwächen hat. Aber, naja, der Rest läuft halt alles. Ich frage mich nur, wo bleibt mein versprochenes Update? Das wäre doch mal was Schönes. Und, naja, störe ich mich an diesem großen Kameramodul? Hättet ihr mich das vor einem Monat gefragt, hätte ich dann auch gesagt, ja. Vor allem, es kippelt ja natürlich. Es steht halt ein bisschen um. Jedoch, wenn man das dann im normalen Alltagseinsatz dann da unten was tippt oder bedient, auch an der linken Seite dann scrollt, es bewegt sich nicht. Das war beim S20 Ultra oder bei irgendeinem Huawei-Gerät deutlich extremer. Das hat dann schon gewackelt, wenn ich nur an der Seite gescrollt habe. Das macht das hier zum Glück nicht. Und vor allem, es ist im Vergleich zum S20 Ultra deutlich besser austariert. So, was will ich jetzt noch sagen? Ne, Akku-Laufzeit und Exynos ist blöd. Habe ich ja schon eben erwähnt. Aber, jetzt wurde er beide Fische. Ne, für 1300 hätte ich hier wieder gestanden und geschrien. Für ein Tausender, wo sich das Gerät jetzt preislich hinentwickelt, gar nicht so verkehrt. Natürlich sitze ich hier auch und sage, hey, ihr bekommt ein S20 Plus bereits für unter 800 Euro. Ja, aber muss ich sagen, ich habe mir eine vergleichbare Akku-Laufzeit. Ich habe den Stift und ich habe nochmal das größere Gerät und aber auch die besseren Kameras. Dass ich meine Standard-Empfehlung von diesem Jahr S20 Plus, ich mache mal so. Für ein Tausender oder wenn es langsam günstiger wird, kann man sich auch gerne so ein Note 20 angucken. Also das ist ein Note 20 Ultra. Wohlgemerkt, ganz dicker Hinweis. Note 20 Ultra, ja. Note 20 normal, nein. Auf gar keinen Fall. Aber dazu komme ich in einem anderen Video. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.